Fassbar, oder? Auf geht's. Und, Franz, aufgedreht oder durch? Geht. Fass, oder? Ja, wir gehen alles in aller Ruhe durch. Ich dachte mal, du würdest was machen. Du könntest in aller Ruhe in Spann sein. Ich bin ja viel Spann. Okay, leg mal los. So. Jetzt gehen wir Falkerspringen, oder? Ja. Der Hechtstaunt, den Hechtstaunt sind ja halt, auch 3 Fahrwohnen. Die waren doch höher, oder? Ja. Stehen wir weiter, oder? So, und mal ein bisschen, aber bis zum Schluss. Gut, kommen wir doch. High five. Ja, eigentlich. Jetzt weiß ich, im Gekte, oder? Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018